Pünktlich um 18 Uhr verließ unser Schiff den Hafen von Venedig. Die Lagune entstand um 4000 vor Christus durch Sedimentablagerungen oberitalienischer Flüsse. Die Gründung Venedigs geht in etwa auf das 5. Jahrhundert zurück, als viele Bewohner Norditaliens vor Attila dem Hunnenkönig in die Lagunenstadt flohen. Heute kämpft Venedig hauptsächlich mit dem steigenden Wasserspiel. Also, wer die legendäre Lagunenstadt noch nicht besucht hat, sollte dies bald tun, bevor sie für immer im Meer versinkt. Sich auf dem riesigen Schiff zu orientieren, war anfangs gar nicht so einfach. Endlos lange Gänge, die alle gleich aussahen. Wo war nochmal unsere Kabine? Und wie lautete unsere Kabinennummer? Ja. Ach ja, und noch ein großes Kompliment an Dennis J., der es tatsächlich geschafft hat, Priscilla Presley an Bord zu holen. Leider waren wir am ersten Abend so müde, dass wir gar nicht alle Shows, Bars und Restaurants besuchen konnten. Musik 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 Und natürlich kann man hier auch spielen. Aber irgendwann gingen wir dann doch schlafen. Und wie geht es dem Kuxi rum? Ich habe einen Schnupfen. Eieieiei. Also, eine Tragödie. Wir haben heute Sonntag den 6. Und während ich versuchte, meine Erkältung loszuwerden, erkundete René frühmorgens das Schiff. An Bord der Norwegian Jade arbeiten knapp 1100 Besatzungsmitglieder aus ungefähr 60 Nationen. In den Kabinen können etwa 2388 Passagiere untergebracht werden. Das Kreuzfahrtschiff ist 294,13 Meter lang und 59,5 Meter hoch. Es erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 25 Knoten, was in etwa 46 km h entspricht. Das Schiff wurde 2006 gebaut und kostete ungefähr 510 Millionen Dollar. Es gibt an Bord 22 Rettungsboote und 8098 Rettungsjacken. Frisches Wasser wird direkt an Bord aus Meerwasser erzeugt. Und zwar durch Verdunstung und Umkehrosmose. Auf diese Art werden pro Tag ca. 2700 Kubikmeter Trinkwasser produziert. Also die erste Nacht habe ich gut überstanden. Das Schiff ist nicht gesunken, aber geschlafen habe ich nicht so gut, weil es überall so Geräusche gibt. Dort ein Geräusch, da ein Geräusch, man weiß nicht warum und wieso. Ich bin müde, so furchtbar müde, ich möchte schlafen, schlafen, schlafen. Ehm, ne, schnupfen habe ich auch. Aber pst, man darf nichts sagen, weil sonst kommt man gleich in die Quarantäne. Also, ich bin gesund, mir geht's gut. Ich muss aber turnen gehen, wenn mir alles weh tut. Und jetzt geht's zum Frühstück. Wie schwimmt der Delfin? Er schwingt nach vorne und dort ist's vorne. Das wilde Meer. Hier, endlos weit. Das ist das friedliche Meer. Das wilde Meer schaut anders aus. Und dann kam Washi Washi Happy Happy. Washi Washi. Washi Washi. Ich hab schon. Washi. 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 Anfangs schmeckte mir das Essen nicht besonders gut. Aber dann gewöhnte ich mich an die Bordküche und schließlich fand ich Gefallen an der kulinarischen Vielfalt. Kein Platz. Alles voll. Deshalb Stehbuffet. Da ich aber immer nur kleine Portionen aß, nahm ich dennoch insgesamt drei Kilo ab. Aber wie kommt noch etwas aus dem Quacken. Ein Potteln aß. Oder, ein Potteln aß, ein Potteln aß. 3,2,7 Potteln aß. Weil für Wasser muss man hier bezahlen. Gar nicht wenig. Na es ist ganz. Ist ganz normal. Eine Bottel. 4 Euro, 4 Dollar, 4 Dollar 90. Auch das Casino besuchten wir kurz. Das ist der Stardustheater. Schön! Und dann ging die Reise weiter über das bewegte Meer in Richtung Dubrovnik. Es ist schwerer Seegang. Dann bin ich. Im dritten Teil meiner Reisereportage geht's nach Dubrovnik. Also unbedingt ansehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017